Liebe Freunde von Cities Skylines Teil 2 und solche, die es noch werden wollen, es gibt ein Mega-Mod-Update und ich möchte diese Folge tatsächlich dazu nutzen, euch vorzustellen, welche Mods nutze ich alle, wie funktionieren die und warum habe ich jetzt eine ganze Reihe weitere Mods für unsere Stadt installiert. Ich habe tatsächlich auch sogar darüber nachgedacht, dieses Spiel und dieses Let's Play zu beenden. Die Videos dazu werdet ihr allerdings niemals sehen, es sind ungefähr 30 Versuche aufgezeichnet worden an einem Tag und ich habe mich dazu entschlossen, mich nochmal sehr intensiv mit den Mods zu befassen. Vorab, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass dieses Spiel abstürzt. Das ist einfach so, deswegen habe ich die automatische Speicheranzahl auf 3 belassen, aber auf 2 Minuten. Das heißt, alle 2 Minuten macht er ein Autosave. Wir werden sehen, wie das meinen Rechner belastet und das wird einfach der Sache geschuldet sein, dass die Mods hier definitiv einfach noch instabil laufen. Den Grund, den kenne ich nicht. Zweite Sache, wir werden jetzt auch dauerhaft mit Licht anspielen und mit Sonne an. Wir werden dann auch damit leben müssen, dass es Nächte gibt. Wir haben ja unseren Planungsmodus hier, der hoffentlich uns in die Lage versetzt, auch nachts Straßen zu bauen. So, das ist Punkt Nummer 2. Das wird anbleiben, denn ich muss sagen, mir gefällt diese Optik einfach überhaupt nicht. Wenn wir nachts mal was machen müssen, dann machen wir da vielleicht zum Planen mal was aus, aber ansonsten werden wir jetzt dauerhaft hier spielen und wirklich auch diese Lichtstimmung einfangen. Denn ich muss sagen, ich bin dieser anderen Version einfach überdrüssig und die gefällt mir nicht. Dann habe ich noch eine ganze Reihe Mods installiert. Ihr seht es hier unten. Wir fangen einmal an mit den Mods, die ich überhaupt installiert habe. Da gibt es ja auch tatsächlich des Öfteren Fragen zu. Ihr seht auch die entsprechenden Bilder im Discord, also auch da gerne in den Discord kommen. Und ihr könnt übrigens sogar, wenn ihr hier unter Ansehen geht und dann auf Spielstand geht, dann könntet ihr theoretisch Nerd suchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt klappt. Und dann seht ihr hier tatsächlich auch die Karte des ersten Let's Plays. Also da könnt ihr sogar die erste Karte runterladen. Da sind keine Mods aktiv. Das ist komplett modfrei. Ihr seht hier ein paar Bilder. Wenn ihr da weiterspielen wollt, gerne runterladen. Also das ist auch möglich. Dann seht ihr meine Bibliothek. Und das ist mein aktuelles Playset. Ich kann Playsets leider nicht teilen. Ansonsten hätte ich das gemacht. Es gibt einmal den Legacy Flavor, den habe ich wieder installiert. Find it. Ja, gibt es wieder, zeige ich euch gleich. Road Asset Pack, zeige ich euch auch gleich. Stairs & Path Asset Pack, zeige ich euch auch gleich. Asset Icon Library, zeige ich euch auch gleich. Und die in den Overpass haben wir schon gesehen. Der Asset Pack Manager ist hierfür verantwortlich, dass diese Sachen inklusive der Asset Icon Library hier überhaupt funktionieren. Dann gibt es das Extra Detailing Tool. Das habe ich euch auch gezeigt. Das ist hier die Möglichkeit, diese Dinger, wie heißen sie, Zäune und sowas zu setzen. Dann Better Bulldozer, damit wir nicht immer nur das gleiche abreißen. Dann das Traffic System. Ja, hatte ich euch auch schon in einem extra Video gezeigt. Das werde ich heute mal nicht erklären. Dass wir hier wirklich die Möglichkeit haben, die Fahrspuren und so auszuwählen, wie wir das haben wollen. First Person Camera Continued ist auch für mich eine wichtige Sache, dass wir mal gemeinsam durch die Stadt laufen können. Traffic Light Advancement Alpha ist die Möglichkeit, die Traffic Lights zu setzen. Dann gibt es einmal die Extended Tooltips. Ich glaube, der Name sagt schon alles. Wir können ja mal drauf gehen. Gut, da gibt es noch keine Bilder. Das sind die Tooltips. Ihr geht mit der Maus über ein Gebäude und seht einen Tooltip. Für mich persönlich als Statistik und Zahlen und Fakten Mensch eine der wichtigsten Mods überhaupt. Daylight Switch können wir uns auch ersparen lassen. War trotzdem mit drinne. Infolom gab es auch des Öfteren die Frage. Infolom zeige ich euch gleich nochmal ganz kurz. Das ist die Statistik-Mod, wo ihr die Demografien seht, wo ihr die Bedarfe seht und so weiter und so fort. Für mich auch persönlich als Statistik-Freak hier wirklich fast eine Pflicht-Mod. Denn, ja, weiß ich nicht. Also ohne die fällt es mir schwer, einfach nur aus diesem Standard-Bildchen von City of Skylines herauszufinden, was ist denn jetzt der größte Block? Wo muss ich denn jetzt wirklich dran arbeiten? Da steht immer nur Plus und Minus. Aber cool wäre es, wenn wir mal 2 Plus oder 2 Minus stehen würden. Dass ich wirklich auch weiß, was ist denn jetzt der Top-Punkt, an dem ich arbeiten muss. Deswegen Infolom. So, das sind alles Goodies, die wir brauchen für andere Mods. Dann den Kim Route Highlighter. Das ist, ja, sagt der Name, denke ich schon. Das ist das Highlighten der entsprechenden Fahrroute oder das Highlighten des Straßenstückes, um eben zu sehen, wo die Leute langfahren. Tree Controller bringt uns die Möglichkeiten, die Bäume besser zu verwalten, unter anderem sie auch erwachsen zu setzen. Dann die Anarchie, sagt der Name, denke ich auch schon. Pure Anarchie herrscht hier. Wir können die Sachen damit so setzen, wie wir sie wollen, ohne die Kalkulationen des Spiels damit in irgendeiner Art und Weise zu berühren. Line Tool ist, die Sache in der Linie zu platzieren, was auch immer ihr dort platzieren wollt. Ihr könnt auch 70 Feuerwehrgebäude in der Linie platzieren, wenn ihr Bock drauf habt. Also es alle, ich glaube, obwohl das geht, glaube ich, nicht. Das war, glaube ich, Teil 1. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber Bäume könnt ihr auf jeden Fall platzieren. So, und dann gibt es Move It. Ich denke, das haben wir auch schon oft genug gesehen. Wir kümmern uns heute mal um die hier oben. Da hat sich nämlich, da hat sich eine ganze Menge getan bei uns. Also, grundsätzlich habe ich auch darüber nachgedacht, wie wir das mit den Straßen machen. Und ich finde die Straßen grundsätzlich nicht schlecht. Wollen wir mal sehen, was ist denn hier los? Ah, ein Unfall. Unfam. Ja, ich finde die Straßen grundsätzlich nicht schlecht hier vorne. Ja, aber das geht besser. Und deswegen habe ich uns eine zusätzliche Mod installiert. Ganz davon abgesehen, dass wir jetzt hier ein paar andere Symbole haben. Ich gehe jetzt mal in die Pause. Ja, wir sehen jetzt hier in meinen Augen das auch ein bisschen optisch sauberer aufgearbeitet. Mit diesen, den Pfeilen hier und dieser mittleren Spur. Ich hoffe, ihr könnt das vernünftig sehen alle. Und ich finde das, ich finde das sehr, sehr nice. Hier unten gibt es leider immer noch keine Bilder. Aber das ist okay. Ja, hier vorne gibt es jetzt nicht so viel Neues. Aber ich finde das einfach sehr schön. Und dann gibt es hier noch einen weiteren Button. Das Mio Road Asset Pack. Und da gibt es jetzt ein paar sehr coole, sehr coole Straßen. Die wir, die wir auch nutzen können. Es gibt neue, es gibt zum Beispiel auch neue Busstops, die wir mal benutzen können. Hier vorne zum Beispiel, ihr, ihr seht das hier vielleicht, ja, mit so einer kleinen Mauer dazwischen. Oder einen weiteren Busstop. Also wirklich ein paar, so ein Tramp Stop Large, dass man wirklich mal hier, ihr seht, so eine Überdachung auch wirklich mal, ne. Ähm, ja. Keine Ahnung, warum sowas nicht per Default dabei ist. Das ist, ich finde es mega. Da können wir ein paar coole Sachen mit machen. Und dann gibt es auch ein paar mittlere Straßen. Ihr seht es hier. Ich will das jetzt mal nicht, das jetzt mal nicht bauen. Wir haben hier zum Beispiel auch einen Achtfachen Highway, wozu das auch immer gut sein mag. Oder hier so ein, so ein Zehnfach Highway in Kombination. Ja, das ist auch sehr praktisch. Und Sachen, die fehlen mir einfach, weil ich nicht verstehe, warum gibt es halt keinen mehrfachen Highway. Oder hier so ein, so ein, so ein, so ein Switch Highway. Ähm, sehr, sehr cool. Also muss ich, muss ich wirklich sagen. Dann allgemein mehr Straßen, zum Beispiel 5 auf 3 auf der Standardstraße. 3 in die eine, 5 in die andere Richtung. Werden wir mit Sicherheit auch durchaus mal brauchen. Wenn ich hier hinten, wenn ich hier hinten so an die Ecke denke, da wird es mit Sicherheit mal die Notwendigkeit geben, so eine Straßen zu bauen. Dann, naja, ob wir jetzt 14 Spuren brauchen hier, das wage ich nun zu bezweifeln, ob die KI damit zurechtkommt. Aber zumindestens haben wir hierüber jetzt die Möglichkeit oder auch 4 auf, äh, 4 Spuren, 3 auf 1. Ihr seht's, ja. Eine Spur in die eine Richtung, 3 in die andere. Das werden wir auch, das werden wir auch mit Sicherheit mal nutzen. Und da komme ich gerade hier vielleicht nicht zu dieser Ecke, sondern zu der Ecke, die wir beim letzten Mal gebaut haben, nämlich die hier. Da sind wir nur bei 4 Spuren, hier vorne sogar nur 2 und hier entsteht schon Stau. Da werden wir nochmal ein bisschen dran arbeiten müssen, dass wir diese Straße hier ein bisschen optimieren. Und auch dafür habe ich mir hier entsprechend diese, diese Mods installiert. Da haben wir einfach viel mehr Möglichkeiten, denn auch die Straße hier, da müssen wir mal gucken, wie das läuft. Ansonsten können wir die natürlich noch updaten, aber, ja, da haben wir, da haben wir genug Möglichkeiten damit. Das finde ich einfach, finde ich einfach ziemlich, ziemlich nice. Das ist das Mio Road Asset Pack, äh, kann ich echt nur empfehlen. Aber ganz wichtig, stellt unbedingt eure Safe Game Geschwindigkeit auf den niedrigsten Wert, wenn euer Rechner das hinbekommt. Das benötigt natürlich auch CPU und Rechenlast. Aber die Dinger sind instabil und das Spiel wird abstürzen. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Das ist mir bei meinen Testspielen mehrfach jetzt passiert. Also da auf jeden Fall, auf jeden Fall Backups, Backups, Backups eure Safe Games machen. Ganz, ganz, ganz wichtig. So, dann geht's weiter. Wir haben natürlich noch eine Menge mehr. Diesen Landschaftsbau hatte ich euch gezeigt. Ähm, da gibt's jetzt mittlerweile auch, auch, ähm, Icons für. Da könnten wir uns zum Beispiel auch eigene Parkplätze bauen, ja. So Service, ähm, es gibt noch eine Mod, die werde ich, bevor wir das aktivieren, nochmal testen. Wir können hier zum Beispiel auch, ähm, ihr seht, was wir hier mittlerweile haben, alles haben. Jetzt sind sogar die Icons aktiv. Ja, wir können hier eigene Straßen bauen. Wir können hier eigene Aufkleber für Parkplätze designen. Das sind alles Dinge, das will ich in Zukunft auf jeden Fall machen. Damit unsere Stadt ein bisschen, ein bisschen schöner aussieht. Ich möchte auch gerne einen Park bauen. Und hier vorne zum Beispiel stelle ich mir das vor, dass wir hier so einen kleinen Park bauen. Hier in der Ecke, wo man hier so einen kleinen Weg macht. Und an diesem, so eine Schotterstraße und an diesem Weg stehen ein paar Parkplätze. Ähm, solche, solche Dinge, wo die Leute auch wirklich parken können. Also der auch wirklich funktioniert. Solche Sachen stelle ich mir vor. Dafür haben wir halt den Nachteil, dass wir gemeinsam öfters mal laden müssen. Und ihr meinen wunderschönen Hintergrund vielleicht ab und an bestaunen dürft. Aber so ist dann, so ist es dann halt. So, das kennen wir alles schon. Hier gibt es jetzt mittlerweile auch einfach ein paar, ein paar Bildchen. Dann müssen wir da nicht ausprobieren, was es da gibt. Das kommt über diese eine Icon Library, die ich dort installiert habe. Also das ist nichts Neues. Auch hier gibt es jetzt nichts Neues. Das Line-Tool kennt ihr ja mittlerweile bis auf eine Sache. Das sind die Erweiterungen, die ich installiert habe mit dem Fußgänger. Ich kann es euch ja mal ganz kurz zeigen, über was wir jetzt gerade reden. So, wir haben uns Mio Road Asset Pack angeguckt. Feinde zeige ich euch gleich in Verbindung mit der Asset Icon Library. Und wir gucken uns jetzt die Stairs & Path, das Stairs & Path Asset Pack an. Und das findet ihr hier im Landschaftsbau. Und da ist auch so eine Sache, die habe ich auch ewig vermisst, warum ich hier so eine Sachen nicht bauen kann. Und wir können jetzt hier, ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert. Wir können jetzt hier zum Beispiel auch, ihr seht es hier, auch Treppen setzen. Ja, wir machen da mal den, den Snap aus und die Anarchie an. So. Und jetzt setzen wir das mal ein bisschen weiter weg. Wir könnten jetzt zum Beispiel als erstes hier eine Brücke platzieren und den dann einfach sauber an diese Brücke ansnappen lassen. Aber ich finde das einfach mega cool. Das gibt uns wesentlich mehr Möglichkeiten, hier Dinge zu bauen. Wir platzieren das mal. Zack. Das sieht jetzt natürlich irgendwie doof aus. Kein Fußgängerzugang. Es braucht eine Bürgersteigverbindung. Das kann man sich, glaube ich, auch vorstellen. Wir können ja mal gucken, dass wir da mal was ran bauen. So. Ja, klar. Also hier runterrutschen. Jetzt haben wir eine Rutsche gebaut für unsere Leute. Aber ich denke, von der Sache her wisst ihr, was ich meine. Das ist einfach mega cool. Und so eine Sachen haben mich echt gestört, warum wir hier auf so kleinen Kreuzungen nicht eine Treppe bauen können oder sowas, sondern nur diesen komischen Weg. Also da gibt es mehr Möglichkeiten jetzt mit Treppen, die wir hier fertig platziert. Und ich glaube, das sind Treppen, die wir, weißt du, sind das Treppen, die wir so bauen können? Die habe ich mir tatsächlich noch gar nicht geguckt. Wir können ja mal gerade, wir können mal gerade nach oben gehen. Auf 10 Meter. Ja, genau. Da gibt es tatsächlich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Testen das mal. Blub. Ja. Toll, oder? Ja. Kann man so machen. Jetzt haben wir da hinten noch eine Treppe gebaut. Kann man so machen. Kann man auch bleiben lassen. Auf jeden Fall können wir da mit Treppen platzieren. Finde ich eine ziemlich coole Sache. So. Nächster Punkt ist Find It in Verbindung mit der Asset Icon Library. Wir sehen hier unten eine ganze Menge Sachen. Unter anderem die beiden hier vorne sind dazugekommen. Das ist einmal so ein Picker. Da könnten wir einfach das Ding nehmen, das Gebäude irgendwo hinstellen. Wozu es auch immer sinnvoll sein sollte. Wir könnten hier auch zum Beispiel... Ich hoffe, dass das Spiel jetzt nicht abstürzt. Ja. Autos sind noch kritisch. Habe ich diverse Probleme mit gehabt. Aber... Ah, jetzt wird es schon ruckelig. So, jetzt geht es wieder. Wir haben aber auch den Vorteil, wir können hier mit Find It wirklich alles suchen, was wir wollen. Von alles über die Straßen. Da seht ihr hier auch die verschiedenen Straßen. Wir können die entsprechenden Begleise Double Twin Track Two Lines mit... Oh Gott, keine Ahnung. Also ihr seht hier auch eine ganze Menge Möglichkeiten. Wir können hier die einzelnen Brücken hier platzieren. Wir haben die Möglichkeit, hier die Kreisverkehr und Kreuze zu suchen. Das ist aber gar nicht der Punkt, weswegen ich das installiert habe. Das mache ich lieber weiter hier unten. Da ist es mir jetzt langsam... Gebäude, okay. Ja. Das wäre interessant, vor allen Dingen, weil es hier dann... Auch mal durchaus... Ich zoome mal ein bisschen ran. Wir gehen mal in unseren... Wir gehen mal in unseren Park. Hier vorne und gucken uns das mal an der Stelle an. Ja. Das heißt, wir könnten hier auch mal so einen Steinhaufen platzieren. Sie zwei... Oder so eine Burgruine. Ja. Ist natürlich... Kostet uns natürlich auch alles was. Aber wir können wenigstens mal ein bisschen was... Ein bisschen was machen damit, ja. Oder hier so ein Steinmonument. Ah, finde ich... Finde ich klasse. So. So was zum Beispiel können wir machen. Oder... Und jetzt haltet euch fest. Gibt natürlich noch mehr Assets. Hier vorne bei den Bäumen. Wir gehen mal auf die Steine. Da gibt es so Grabsteine. Da könnten wir uns hier so ein... So ein kleines altes... So ein kleines altes Grabsteingedings... Wie heißt das? Friedhof. Genau. So einen Friedhof anlegen. Oder Steine. Ich mag ja auch Steine sehr gerne, die hier in der Mitte zu platzieren. Dann allgemein so Blumentöpfchen könnten wir hier hinstellen. Und das hier so ein bisschen zum Beispiel das Wege verschönern. Solche Sachen. Oder auch... Wir könnten ja auch Beeren spawnen. Das machen wir jetzt einfach mal nicht. Dann gibt es natürlich auch Requisiten und Dekorationen. Ja. Ein For Sale Schild. Warum auch immer das sinnvoll sein sollte, dass wir ein For Sale Schild aufhängen. Aber Fakt ist, wir könnten es. Und es gibt so ein Fußballfeld. Das ist aber alles nicht ganz so wichtig. Ihr seht, da gibt es eine ganze Menge Schilder, die wir hier auch aufhängen könnten. Das sind halt alle Assets, die es so im Spiel aktuell gibt. Aber wichtiger sind mir tatsächlich diese Sachen hier. Ihr seht, das sind eher so Gitter. Aber wir können mal weiter runter scrollen. Ihr habt hier tatsächlich dann auch Wandbrunnen. Ihr habt hier so einen schönen Wandbrunnen. Oder hier vielleicht ein... Ich weiß gar nicht, ob der am Ende des Tages so wirklich funktioniert. Ne. Der ist tatsächlich statisch, aber ist nicht so schlimm. Damit können wir uns ein paar schöne Sachen bauen. Und es geht weiter. Und das ist das, was ich hier eigentlich machen will. Wir könnten hier dann auch uns eigene Tribünen basteln und so weiter. Oberflächen haben wir gesehen. Das ist die Mod, die ich hier zusätzlich installiert habe. Und dann gibt es hier noch so ein paar Wohneinheiten. Zum Beispiel auch so Feuerholzstapel und sowas. Also alles, was es so im Spiel gibt, können wir hier tatsächlich aufstellen. Aber das ist noch gar nicht das Interessanteste. Das Interessanteste, das wollten wir hier hinsetzen. So. Hier an die Ecke. Deswegen werden wir jetzt mal den Bereich hier... Na, verdammt, da muss ich alles abreißen, ne? Okay, dann werden wir ihn nicht abreißen. Sondern werden an die Ecke jetzt ein bisschen was bauen. Jetzt geht die Sonne unter. Jetzt müssen wir mal wirklich mal in der Nichtpause bleiben. Und jetzt haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Gewerbe, Industrie. Es gibt hier auch, keine Ahnung, Zäune und all sowas. Ja, und es gibt natürlich auch Bänke. Jawoll. Und es gibt auch hier Lämpchen. Das können wir auch gleich mal ausprobieren. Ob das Ding auch wirklich leuchtet, wenn wir hier... Ich wollte schon gerne hier am zentralen Korpus wollte ich so ein Parklichtmast. Ja. Zack. Zack. Und die könnten wir übrigens auch wieder an der Linie ausrichten. Das will ich aber nicht. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Ob die Dinge auch wirklich angehen. Das würde mich ja... Das wäre ja cool. Eine Werbung brauchen wir nicht. Gut, vielleicht eine eigene. Wir können ja auch so ein Ding aufstellen, aber... Ah, der leuchtet sogar. Nun denn. So, und dann wollte ich eigentlich... Ich hatte mir das nämlich mal angeguckt. Es gibt, glaube ich, bei den Gewerbe... Gibt es ein paar niedliche Stände. So, aber es gibt hier irgendwo... Gibt es hier auch, das hatte ich gesehen, so ein Parkwärterhäuschen. Und es ist natürlich jetzt kein direkter Laden zum Essen. Aber sowas könnte man sich zumindest dort, dort, dorthin stellen. Jetzt gucken wir mal, was wir noch Schönes haben. Wir könnten hier auch so Automaten hinstellen. Jetzt gucken wir mal, was wir im Thema Industrial haben. Ob wir da irgendwas haben. Das sind eher so... Okay. Ah, das sieht natürlich schon schick aus, ne? Wir stellen hier mal ein paar Automaten hin. So. Einmal da. Einmal da. Das ersetzt zwar nicht den Kiosk, aber... Zumindest hätten wir was. Und auf der anderen Seite... Ja, ich würde sagen, so eine. Ja. Setzen wir uns mal... Eine Bank. Zwei Bänke. Zack. Gucken, dass wir das halbwegs... So. So. Eine Feuerstelle. Na. So. Und ah, guck mal, das leuchtet sogar. Ah, ist das nice. Und da könnten wir jetzt beispielsweise sogar sagen... Hey, pass auf. Wir nehmen uns jetzt mal unser Lämpchen. Bopp. Machen da mal eine Line draus. Und werden mal gucken, wenn wir von da aus anfangen. Das sieht sogar so gar nicht so schlecht aus. Wir machen mal das Ganze auf 15 Meter. Ähm, das wiederum passt nicht so gut. Das passt. So. Bopp. Bopp. So. Jetzt haben wir hier unseren eigenen beleuchteten Park, wo sogar Leute drüber laufen können. Mega cool. Muss ich sagen, das gefällt mir ziemlich gut. Damit können wir unserer Stadt ein ganz anderes Flair geben. Und das ist die Asset Library in Zusammenhang mit Find It. Das gibt uns wirklich die Möglichkeit hier wesentlich mehr Dinge zu platzieren, zu machen und so weiter. Und da werde ich in nächster Zeit noch ein paar weitere Mods, insofern es die gibt, hinzufügen, dass wir einfach hier noch mehr Möglichkeiten in unserer Stadt bekommen, die zu updaten, die zu bauen und so weiter und so fort. Dann will ich gerne bei dem Let's Play an sich das so strukturieren, dass wir die Nächte nutzen, um so ein bisschen Verwaltungsarbeit zu machen. Ja, also die Nächte sollen wirklich dazu sein, so ein bisschen zur Ruhe zu kommen, mal vielleicht so ein paar Warnmeldungen anzeigen zu lassen. Wir können ja durch die Straßen beleuchtigen, auch die Straße und den Verkehr sehen und da mal ein bisschen so ein paar Sachen zu machen. Und den Tag will ich dann auch gerne in der Pause dazu nutzen, hier wirklich zu bauen. Das wäre zum Beispiel jetzt so eine Sache hier vorne. Da können wir mal gucken, die Straße ist sehr stark ausgelastet und wir sehen hier vorne auch genau das Problem. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war durchaus, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Hier vorne haben wir, jetzt muss ich gerade mal gucken, genau, wo sind wir? Wo sind wir hier? Da haben wir noch eine mehrspurige Straße hingesetzt und hier vorne haben wir uns dann dazu entschlossen, da weniger zu nehmen, warum auch immer wir das gemacht haben. Ich weiß, keine Ahnung, aber wenn ich ehrlich bin, würde ich doch gerne die Straße hier updaten. Ich glaube, dass das hier ein Problem sein wird. So, das ist Punkt Nummer eins. Dann werden wir hier vorne an den Ampelfasen ein bisschen rumschrauben. Da würde ich nämlich gerne die aufgeteilte, wir können ja auch erweiterte Phasen, geschütztes Links abbiegen, könnten wir beispielsweise machen. Ich würde gerne mal in die exklusiv Fußgängerphase und erlaube, abbiegen bei Rot speichern. So, das sollte jetzt ein bisschen, das sollte jetzt hoffentlich ein bisschen besser laufen. Tja, und die Straße hier, die war ja eigentlich auch so nie gedacht für diesen ganzen Traffic. Das Problem ist, glaube ich, diese Straße hier, diese Verbindung und darüber können sie auf die Hauptstraße kommen. Da müssen wir tatsächlich gucken, dass wir hier dann sogar die Lkw-Verbindungen wegblockieren und uns hier dann auch mal so eine Sachen angucken. Das kann man zum Beispiel auch bei Nacht gut machen, weil wir dann wirklich mal sehen, wo die hinfahren. Und ihr seht, die wollen natürlich überall hin, weil die sich jetzt diesen Weg hier hinten sparen. Ja, gut, da hätte man drauf kommen können, dass diese Straße jetzt noch stärker frequentiert wird hier vorne. Dadurch, dass wir halt hier auch noch eine Straße gebaut haben, das gab es ja, das gab es ja auch nicht. Und deswegen geht es jetzt hier weiter und ich würde auch gerne diese Kreuzung, ja, ihr seht, das ist exakt der Punkt. Die fahren jetzt natürlich alle hier oben hin und ersparen sich hier hinten die Strecken. Deswegen müssen wir auch hier einmal auf aufgeteilte Phase gehen. So, einmal das bitte. Und wenn das nicht besser wird, dann werden wir anfangen, die Fußgängerampeln hier zu ersetzen. Dann müssen wir gucken, wie wir das hier an der Ecke machen. Wahrscheinlich müssen wir dann die beiden Häuser einmal abreißen. Aber das werden wir langfristig, wenn wir das in den Griff kriegen. Wir müssen halt jetzt hier in den nächsten folgenden Verkehr ein bisschen beobachten, denn bisher war ja das gesamte Verkehrssystem so ausgerichtet, dass es quasi, bei Nacht kann man das tatsächlich ganz gut sehen. Ihr seht ja diese hellen Punkte hier, das sind die Straßen, dass über die Mozartstraße bzw. über diese Hauptstraße hier der Gesamtverkehr geht und sich das dann hier rüber verteilt. Tja, jetzt geht der Gesamtverkehr hier rein, denn die Leute müssen ja auch irgendwie diesen Kernbereich hinkommen. Aber da werden wir uns drum kümmern und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und hilft euch ein bisschen im Mod-Dschungel. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Strategienerd.